Die Möbelhäuser der Ostschweiz Die Rund geht es hier nicht nur an der Eingangspforte. Herzlich Willkommen zum 8. Challenge hier auf über 10'000 m² Lifestyle. Die Finalnacht vom 16. April rückt immer näher und einiges ist noch nicht ganz fertig. Definitiv ganz fertig ist unser Neue Bucklet. Noch nicht ganz fertig sind unsere 12 Finalistinnen, die hier bei einer grossen Promoaktion im Möbel Svoboda aufgehoben haben, für sich nochmal richtig die Werbetrommel zu rühren, aber auch den Run auf Tickets für die Finalnacht zu pushen. Und eines kann ich euch sagen, unsere Girls haben heute den Svoboda so richtig zum Rocken gebracht. Stimmt. Und so facettenreich wie das neue Miss Ostschweiz Bucklet präsentiert sich auch das Möbelhaus Svoboda. Eins ist jedoch heute anders, der Miss Ostschweiz Promi-Faktora. Die Wohnerlebniswelt hat viel zu bieten. Wohn-, Esskinder- und Schlafzimmer und Lampen- sowie Dekoshop. Ja, bei der Größe verliert man schnell den Überblick. Wo sind denn meine Voting-Karten? Ah, da sind sie ja. Votet jetzt für mich. Richtig, und das geht ganz einfach. Zum Beispiel als SMS an die Telefonnummer 919. Voten lohnt sich, denn zu gewinnen gibt es unter allen Anrufern ein Wellness-Weekend in einem Vier-Sterne-Hotel. Da kann man es sich so richtig gut gehen lassen. Hallo zusammen, ich bin Valentina. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr für mich votet. Aber, liebe Männer, ich habe schon einen Freund. Und der heisst David. Schmeckt lecker und bringt Energie. Wow, ist das schön da. Jetzt wäre es doch perfekt, wenn man noch einen Rich hätte. Oh ja, du sagst es. Wow, danke vielmals. Herrlich, Rich zu sein. Also ich wäre lieber Miss Ostschweiz. Oh, und ich wäre lieber Miss Ostschweiz, Rich und hätte gerne einen Audi. Also ich wäre gerne Miss Ostschweiz, Rich, hätte einen Audi A1 und könnte die Haare schneiden beim Bettig. Und da wir gerade Märchenstunde haben, was macht eigentlich Schneewittchen? Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Auch wir sind gespannt, wer auf dem ersten Rang liegt. Liegen und Betten gibt es auch bei Svoboda. Und die sind nicht nur mit unseren Kandidatinnen pittoresk. Ah, ist das schön. Das Bett ganz für mich allein. Weil die Männer müssen bei mir anstehen. Und manchmal stehen sie sogar auf einer langen Leiter. Und wie sich das für ein vernünftiges Fernsehprogramm gehört, gibt es auch ein Gewinnspiel. Oh, jetzt wird es aber spannend. Wir kommen zu der heutigen Quizfrage. Und die lautet, wie heisst das Login vom Möbelhaus? A. Svoboda, der Möbelmann. Oder B. Svoboda, die Möbelfrau. Wer es weiß, schnell eine E-Mail an quiz-at-miss-ostschweiz.ch und VIP-Tickets für die Finalnacht am 16. April gewinnen. Wir wünschen viel Glück. Bis zum nächsten Challenge. Dann bei der Ladies' Night im Swiss Casino. Dann bei der Ladies' Night im Swiss Casino.